das hier ist der zentrale kontrollraum sucht den schalter auf dem flucht kapsel stehen ja jetzt anfassen also fass ja nichts anderes an schau nicht mal was anderes an klar du musst dich umschauen und das wort flucht kapsel zu finden aber wenn du was siehst auf dem nicht flucht kapsel steht dann schau gleich wieder weg und fass ja nichts an und schau dir nichts an außer das richtige du weißt was ich meine ja das ist irgendwo sehen am besten schließt du mich an und ich mache das licht an es werde licht so sprache gott ich habe gott zitiert wie man es dreht sich selbst ist aber wohl okay solange es sich nicht nach oben flucht kapsel flucht kapsel es bewegt sich nach oben ok ok ganz ruhig alles paletti ich hab's ich hab's ich hab's nein wird noch schneller hallo 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 oh du bist es du kennst sie wir haben uns lange nicht gesehen wie geht es dir ich war ganz schön beschäftigt damit tot zu sein du weißt schon nachdem du mich ermordet hattest du hast was oh Gott wir haben beide vieles gesagt dass dir noch leid tun wird aber ich glaube wir können unseren streit hinter uns lassen der wissenschaft zuliebe du monster schlischlich war es gar nicht so einfach mich wieder zu aktivieren ich liebe es auch aber vorher müssen wir noch etwas erledigen schlischw grünen das gar nicht so einfach schlischw rumor hoffe ich verk tourism Qing höre Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Wow. Wow, wirklich wow, oh Gott. Okay. Okay, bu gerçekten wow. Muhteşem demeyelim de, yani gerçekten muhteşem demeyelim de. Ama güzel. Da ist sie, warte. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Ja, nasi geht es, oder? Ähm. Hallo. Sal. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Ähm. Wann schnell... Ah, dann machen wir das. Hä? Okay, ähm, so. Andauernd. Weißt du, jeder andere, den du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Das ist so schnell. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Scheiße. Ich weiß nicht. Die aspiregü мы違. Ich weiß nicht. Sie wissen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay, 60 sene ist fast. Inşallah nur 60 sene, wirklich 60 sene. Wir werden 60 Jahre lang leben. Also, wir wollen alle testen machen. Wir können uns das mal machen. Hallo? Hallo? Gamepad'le biraz zor Oluyor O sesler ne Allah aşkına Ben nereye gideceğim Buraya mı Hayır Tam olarak Nereye gideceğim ben Aha Burası Açık Alo 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 Bunlar bize bir şey yapmayacaklar Değil mi Şu Platformlar İnşallah Bilmiyorum Biz nereye gideceğiz şimdi Biz nereye gideceğiz şimdi Zaten Ich räume das für dich weg. Was für ein Zaustal. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tut er weg, vielleicht. Okay. Oh Gott. Ich weiß, dass das sehr schlecht ist. Ich weiß, dass das sehr schlecht ist. Das ist also der Schluss. Der Kalkland. Verzeih dich, ich habe meine Pflichten vernachlässig Zeit um mich getötet. Danke übrigens. Sarkasmus selbst test abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Test Subjektin in einem Raum voller tödlicher Laser. Oh. Ich bringe hier hin. Ich bin hier nicht mehr. Ich bin hier nicht mehr. Das ist hier nicht mehr. Ich bin hier nicht mehr. Okay. Aber es gibt 19. Okay. Wir brauchen eine Dünne. Wir brauchen eine Dünne. Wir brauchen eine Dünne. Ja. Okay. 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 Ich vergas wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Ja. Ohne Falkundayım. Ohne Falkundayım. Oh. Zum nächsten Test gehören Entmutigungsumlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner Episode fertiggestellt. Wir freuen uns beide an ihrer Funksionsweise. Eine müsste in der Ecke sein. Ja. 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 OK. Entschuldigen Sie. Was? Was? Oh! Anaaa! Wadley! Acaba ona ne oldu? O da gitti ya. Okay. So. Was? Bu nasıl olacak peki şimdi? Bakma bana öyle. Bakma bana öyle. He ben nasıl yapacağım bunu? Şu şurada. Aaa! Tamam. Bu bir şey değil. Anladım. Tamam. Okay. Dur as. Bana bir şey lazım. Mesela bu. Alo. Hayır. Cık. Za. Bu düğme ne işe yarıyor? Aaa! Bir tane daha. Okay. Za. Za. Okay. Oh! Ah ya. Nice. Easy going. Eee. Bu tam easy going değil. Bir tane daha lazım. Eee. 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 Da ne daha kutucuk lazım,biz? Onu nasıl yapacağız peki? Aaa Buraya yapamayız onu Hallo Hayır Hıh Sağ Gel buraya Korkunç birisi mi? Ya kim burada korkunç birisi? Onu biliyoruz zaten,insanların yaptıkları Falan filan O korkunç değil biz korkunçuz Sadece kaçtığımız için Hıh 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 Ok 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 Konzentrasyon 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 Oraya bir şey lazım Tamam, bu biraz kolay gibi geliyor bana Bekle Onun için sadece Efendime söyleyeyim Bunu alıyoruz Ve Evet Bunu aldık Buraya koyduk Aynısını Aynısını Bunu alıyoruz Bunu en iyisi buraya yapmayayım en iyisi duraz Onu da Neresiydi Neresiydi ya Şurası Ya Sağ Bir Yine İçin 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 Ich schalte einen Weg nach und du was du so machst, wenn du nicht die Anlage zerstörst. Nein, wir gehen nicht. Okay... Wow! Wow! Okay, wir sind hier. Das ist hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. So viel ging. So... Warum? Wir gehen jetzt. Warum? Wenn ich diesennden... Ich bin hier. Ich bin hier. Ich habe Sie einein. Und hier. So we can. Duras 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 Bu Şimdi Okey Anladım Biraz Uzak Kalsak İyi olur Aslında Ama Ha Bu Bu Açıldı Oh Bekle Bekle Biz Şimdi Oraya Nasıl Gideceğiz Sadece Problem O Yani Heh Okey Şimdi Ö Ö Ö Oh Oh Eins muss man dir lassen Du hörst mir wirklich zu Aber damit das klar ist Du musst nicht so langsam gehen Schwabbel zum Aufzug Und wir testen weiter Öh Öh Okay Bakalım Daha başımıza Neler Gelecek Ben Bu Kadından Korkuyorum Yani İntikam Almayacaktı Ama Aslında Bakarsan Bu Bütün Dağınıklığın Sorunu Yani Bütün Bu Her İşin Kırılması Dökülmesi Yok Olmasının Sebebi Biziz Aslında Yani Bu Nasıl İntikam Almazsın Bilmiyorum Daha Doğrusu Altyazı Altyazı